So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen. Wir sind hier nun seit mehreren Wochen in einer Paz-Situation. Arbeiten uns gegen die tapferen Söhnende Pons weiter voran. Die Bärte kräuseln sich. Nun ja, wie wird dieser Krieg voranschreiten? Heute geben wir ihn auf den Deckel. Heute geben wir ihn echt auf den Deckel. Zack, erstmal näher ran. Wobei, will ich überhaupt näher ran eigentlich nicht. Heute gibt es auf die Gorgolores, meine Freunde. Was ist das denn? Was war das für ein Weg gerade? Hier, so. Ich darf den schicken. Andere. Okay. Wir müssen bloß schauen, wie wir es richtig anstellen, ne? Das ist sehr wichtig. Hier haben wir genug. Hier kommen noch welche rein. Grundsätzlich sind wir sehr gut aufgestellt. Hier warten wir noch auf Stein. Ich habe auf jeden Fall vor, heute anzugreifen. Damit ihr Bescheid wisst, das steht heute auf dem Plan. Die Frage ist bloß wann. Die Frage ist bloß wirklich wann. Die Gold haben wir noch 19. Okay. Schauen wir uns kurz mal die Statistiken an. Gut, Land bricht bei Ihnen ein. Das ist klar. Militär. Militär. Ich will Militär. Oh, das ist das Militär. Aha. Haben wir gerade was zerstört? Also abgesehen davon, dass hier Soldaten drin sind, aber... Ach, ist das euer Ernst? Alter, das war halt einfach schon fertig. Oh mein Gott, ist das kackendreist. Alter, jetzt geht ihr mir aber richtig auf die Nerven. Was ist denn los mit euch Spacken? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was wollt ihr denn jetzt auf einmal? Boah. Nee, du. Boah, haben wir das da hingebaut? Boah, Alter. Also ihr könnt einem schon richtig auf die Nerven gehen. Ne, wisst ihr selber. Besonders ihr da oben. Was wollt ihr denn auf einmal? Ihr Würmer. Ja, weil da noch so viele Soldaten stehen. Ja, ich meine, ich weiß schon, dass wir theoretisch eventuell möglicherweise da schon was machen könnten. Wieso bringt denn keiner Stein? Der wird wahrscheinlich nicht mehr schießen. Interessante Theorie von Nicey Mike, dass die Katapulte nur schießen, wenn sie nah genug an der Grenze dran stehen. War nicht sehr interessant. War nicht sehr interessant. Von dem ich auch nicht so begeistert bin. Nahrungsmittel und so ein Bums ist nicht mehr relevant. Jetzt ist bloß noch die Frage, wann wir angreifen. Warum haben die noch so viele Soldaten? Wir haben Unmengen an Männern. Ich bin genervt. Wir haben noch 18 Gold hier drin liegen. Katapult hin. Katapult schießt vermutlich nicht mehr. Okay, die sind auch schon fertig. Die hören aber, also gut, hier haben wir auch noch einen kleinen Bereich aufgespalten. Hier ist, ja, die haben vereinzelt noch Orte. Wir wissen leider immer noch nicht, wo dieses gottverfluchte Tor sein könnte. Und ich habe die Hosen dezent voll. Es steckt jetzt einfach, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, aber es steckt so viel Arbeit jetzt hinter dem ganzen Spaß hier, dass ich echt Angst davor habe, da einfach anzugreifen und auf den Deckel zu bekommen. So, er hat jetzt mal seinen ersten Stein bekommen. Okay, hier kommen dann Soldaten rein. Mit den Goldvorräten. Na, das passt hier sogar. Das ist in Ordnung. Katapult, egal ob die hier jetzt was bauen oder nicht. Also das Katapult muss hier aufräumen. Das muss aufräumen. Oh, ich wollte die Runde angreifen, ne? Ich wollte wirklich angreifen. Aber so wie das jetzt hier schon wieder läuft, ich meine, die oben haben uns schon wieder einen kleinen Denkzettel gegeben und ich sehe hier gerade, wie viele Soldaten die noch haben. Klar, sie sind militärisch uns grundsätzlich unterlegen, aber sie haben, naja, Gelb hatte nicht so viel mehr Gold. Und wir haben ihnen schon einige Goldkriege abgezogen. In dem Augenblick, wo wir jetzt einmal angreifen, geht's los. Und da gibt's kein Zurück mehr, da muss dann wirklich, ne? Da muss der Watschenbaum umfallen. Das Gold wird abtransportiert hierhin. Und dann haben wir hier auch noch ein paar tapfere Generäle drin. So, Katapulte werden gebaut. Wie sieht's hier aus? Ja, okay. Wird langsam. Soldaten sind schon auf dem Weg. Soldaten. Einer. Drei. Ah, drei, okay. Wir gehen in den geregelten Abständen, okay. Finde ich gut. Ich meine, zur Zeit, ne? Corona immer noch 1,5 Meter Abstand. Wichtig, dass sich da die Soldaten nicht zu nahe kommen. Gut. Äh. Mal sehen. Die können ja eigentlich nichts mehr machen. Die können nichts mehr machen, außer uns hart auf die Nerven gehen. Und das, das gelingt ihnen. Aber wirklich. So, wir haben den schon. Ja, das ist bald weg. Da baue ich eine Festung hin, weil ich glaube, mit der Festung können wir fast überall angreifen. Müssen jetzt bloß schauen, unsere Goldvorräte sind jetzt dann bald aufgebraucht, ne? Haben die hier noch Soldaten für? Äh, die haben eine... Ich wollte gerade schauen, ob die überhaupt einen Weg haben. Das Level ist so langwierig. Ich weiß bloß nicht, ob ich es nicht einfach als Luxus ansehen sollte, dass wir uns da so viel Zeit lassen können, weil... Ewig wird es so nicht gehen. Es wird Level geben, die anspruchsvoller sind. Ich habe schon, also mir wurde schon von Leveln berichtet, wo es ganz anders zugehen soll. So, mal sehen. War es das mit der hier? Der geht, glaube ich, drüber. Ne, geht rein. Schön. Will das Katapult noch... Okay, das bringt den Stein nicht zu dem Katapult. Ist nicht schlimm. Aber hier haben wir ihn jetzt nochmal in Furzelland weggenommen. Das ist auch gut. Also wir dünnen noch ein bisschen aus. Wir dünnen noch ein wenig aus. Dann geht's ab. Ich weiß, das sage ich schon ewig. Aber ich... Was soll ich denn tun? Warum? Warum gehen hier die Soldaten einfach weg? What the fuck? Da gab es ja keinerlei Befehl dazu. Hä? Warum ziehen denn jetzt hier die Soldaten ab? Es gefällt mir schon wieder überhaupt nicht. Ja, es wird langsam. Da stehen auch immer noch... Na gut, es ist im Prinzip egal. Es ist nicht so wild. Das Gold ist jetzt dann eh leer. Zwölf Goldmünzen noch, okay. Da glaube ich, kommt noch die letzte Goldmünze hin. So, er kriegt jetzt gleich mal seinen ersten Stein. Der kann hier gleich loslegen. Und wer, der stellt sich wieder so an. Ich soll mal schauen, wie viel das hier einnimmt. Okay. Jetzt lasst es doch. Bitte. Danke. Ich weiß, boah, die haben da noch richtig hart was stehen. Oh, Freunde der Nacht. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte keinen Gelehrten entschicken. Ich wollte einen Kundschaft entschicken. Die haben da noch richtig was stehen, meine Lieben. Hat er schon geschaut? Ja, er hat die Burg getroffen. Sehr schön. So, die Lage ist bald fertig. Also Festung ist auch gut dabei. Und. Ich verstehe immer noch nicht, warum das nicht gefüllt wird. Unerklärlich. Unerklärlich. Einzige, was aufmunternden ist, ist die Mucke. Die ist einfach immer noch nice. Okay. Der macht safe, nichts mehr. Ciao. Okay, es ist jetzt halt auch schon der Zeitpunkt, wo wir wahrscheinlich an der Front keine vollständig ausgebildeten Soldaten haben werden. Jetzt der. Ah, der geht vorbei. Nein, du Trottel, du dämlicher. Du Vollhorst. So, jetzt bringt ihr mal bitte Gold noch hin. Das wäre super. Tüfte. Tüfte. Die liefern alles so langsam. So, genau entdeckt ihr mal das Gebiet hier bitte, weil, ähm, ich bin mir bei dem ganzen Spaß hier noch nicht sicher, wie es läuft. Und das Lager ist bald fertig. Wie sieht es eigentlich mit Eseln aus? Haben wir genug Esel? 125 Esel. Könnten die Straßen sich ein wenig schneller verbessern? Das wäre... Mega. Kommt, zwei Soldaten. Okay, hier sehen wir, boah, das ist schon noch ein ganzes Eck hier, ne? Ich glaube, der hat den Turm ein abgezogen. Ja, die haben schon noch Bock. Die wollen schon noch Ärger machen. So ist es nicht. Da wurden jetzt Soldaten ausgetauscht. Äh, ich... Ich sollte dieses Spiel nicht hinterfragen. Ich sollte mir die Mühe nicht machen, das Spiel zu hinterfragen. Nein, 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 nein. Lager ist fertig. Sehr gut. Das ist mal eine richtig gute Nachricht. So ein Stein kommt. Hoffentlich ist eins fürs Katapult dabei. Am liebsten alle drei. Auch Stein. Und dann dauert es wieder. Jesus. Also das ist... Wir diskutieren jetzt schon eine ganze Weile drüber, woran es liegen könnte. Aber... Ich bin mit meinem Latein... Mit meinem Latein am Ende. Das da hinten sieht mir aus, als wäre da das Tor. Sieht mir sehr danach aus. Es ist so eine freie Wüste, so ein freier Platz. Ich denke, dass es das sein wird. So, wunderbar. Da drüben schießt er schon mal hin. Das da oben sehe ich irgendwo... Schön. Das da unten sehe ich irgendwo als Pflicht. Und der wäre natürlich dann noch ein Träumchen, ne? Guti. Er hat es wieder verschissen, oder wie? Das mit dem Stein, das macht mich so wütend. Das ist so... Also ihr seht das wahrscheinlich nicht. Aber ich brodel. Ich brodel innerlich. Ups. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ich brodel wirklich innerlich. Ich brodel wirklich innerlich. Neun Gold noch. Ah, er hat noch einen weiteren Stein bekommen und schießt darin sehr schön. Stark. Ja, rot ist am Abgrund. Die haben bloß, die haben bloß hier dieses, ähm... Diese Bastion hier noch. Aber der Rest... Der Rest ist komplett durch. So, die Burg steht bald. Dann stehen die Katapulte. Ja, ja. Und dann wird es bald soweit sein. Ich habe eigentlich vor, in der Aufnahme auf jeden Fall anzugreifen. Hm. Okay. Okay. So will ich das sehen. Genau so und nicht anders. Und die besetzen jetzt hier die Festung. Ja, geile Scheiße. So, er kriegt die nächste Chance. Okay. Stellt sich ja auch gut an, der Typ. Spannendes Ding gerade. Ah, lass dir ruhig Zeit mit dem Zielen. Solange du am Ende triffst, ist mir alles wurscht. Wenn er trifft. Wenn er trifft, war es das mit der Festung. Geht die rein? Ja. Sehr schön. Sehr schön. Ich zöger's. Ich zöger's bis zum letzten Moment raus. Ich habe ja damals gesagt, ich greife an, wenn wir hier bei der Mitte sind, dann greife ich und dann bin ich auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.